Wie steht es wirklich um das CO2? Kohlendioxid ist kein Schadstoff. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil allen Lebens. Für die Pflanzen ist Kohlendioxid der wichtigste Baustoff, ein unersetzliches Lebensmittel. Ohne CO2 geht die Pflanze ein, wortwörtlich wie eine Priemel. Besser gesagt, ohne Kohlendioxid fängt sie gar nicht erst an zu wachsen. Hallo, hier ist mein Freund Harald. Harald atmet Kohlendioxid und er liebt warmes Wetter. Ich glaube, dass Klimawandel sehr gut für Harald ist. Deshalb sollen wir mehr brennen. Und dann wird Harald sehr glücklich sein. Danke!